Moin ihr Lieben und herzliche Grüße wieder mal von mir zu Teil 3 unseres Triple Kids Christmas Specials. Heute mit dem Bereich Bausparen. Warum ist Bausparen für unsere Kinder überhaupt so interessant? Denn sparen kann man ehrlicherweise nicht mehr so geil damit, weil der Guthabenzins extrem unsexy ist. Aber, wenn wir die Fantasie haben, dass die Darlehenszinsen zum Zeitpunkt, wenn unsere Kinder kaufen oder bauen wollen, immer noch bei 3, 4 oder 5 Prozent draußen sind, dann sollten wir doch heute unseren Kindern eine 1 oder 2 Prozent Darlehenszins sichern. Bedeutet, ich würde euch vorschlagen, genauso wie ich es gemacht habe, für eure Kinder einen Bausparenvertrag abzuschließen und dort einen kleinen Mindestbeitrag zumindest einzuzahlen. Der muss gar nicht zuteilungsreif sein. Wichtig ist nur, dass wir einen Mantel haben. Einen Zinskuchen, den wir unseren Kindern später zur Verfügung stellen können, wenn sie anfangen, mit dem Gedanken zu spielen, zu kaufen oder zu bauen. Mittel- und langfristig gibt es, was die Rendite betrifft, allein durch diese Zinsersparung später nichts Besseres, was ihr euren Kindern jetzt antun könnt. Von daher, meldet euch gerne bei uns und dann helfen wir euch dabei, das passende Produkt und die passende Besparung zu finden. Liebe Grüße aus Hamburg, Björn Scheer und das gesamte Finanzhafen-Team. Baghank und habe gerade bei uns dasную Geschichte gemacht mit Tasks zusammen. 21 parrot